Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Let's Play zu The Surge. Hallo werte Let's Play Freude Folge 26 und wir beginnen mit einer denkbar undankbaren Aufgabe. Aber ich habe noch 2 Minuten 25, um irgendwie zurück zu meinem Altmetall zu kommen, ohne die geringste Ahnung zu besitzen, wo das sein könnte. Was daran liegt, dass die lustigen, wahrscheinlich ständig unter Drogeneinfluss gestandenen Programmierer beschlossen haben, mich hier irgendwo in ein altes Gebiet zu entlassen, das eh schon groß genug war, ohne Ahnung, wo ich hin muss, ohne Safe Room und die mich dann sterben lassen im Versuch, doch noch irgendwie einen Safe, halt mal, das kommt mir bekannt vor, doch noch irgendeinen Safe Room zu finden, danke. Und jetzt habe ich 16.000 Steine und weiß nicht, wo ich sie, also es ist auch wieder ein Tag dazwischen, ich habe das wieder vergessen, ich weiß nur, es war schon relativ wieder im alten Gebiet, wo ich jetzt wahrscheinlich ums Verreck nicht hinkommen wäre. Das ist doch Spieldesign, wie es einem in Nordkorea in einer Folterkammer eingetrichtert wird. Das kann man doch anders nicht bezeichnen. So, und jetzt bin ich ruhig, weil es bringt ja alles nichts. Ich habe mich auch ehrlich gesagt schon mental damit abgefunden, dass ich im Leben nicht rechtzeitig oder überhaupt jemals wieder, jetzt komme ich ja nicht mal an dem Ding hier vorbei, meine Dings finden werde. Ich glaube, wenn ich, wenn ich davon einfach ausgehe, dann ist es nicht ganz so schmerzlich. Also ich habe jetzt auch gar nicht auf die Meta-Angabe geguckt. Mein einziges Ziel ist, dass ich irgendwie zumindest den Safe Raum einmal betrete, um mich dann darauf wieder einzunordnen, weil sonst bleibe ich auf ewig. Genau, so. Irgendwo hier muss das doch auch sein. Nein, nein, jetzt weiß ich wieder, jetzt bin ich ja wieder wo ganz anders. Jetzt bin ich hier oben. Ach, Mist. Naja, wäre ich vielleicht zufällig in die richtige Richtung gerannt und hätte dann noch zufällig andere richtige Entscheidungen getroffen, hätte es vielleicht sein können, dass ich mein Zeug sogar wiederfinde. Hier wird es jetzt weniger, es hat aber wahrscheinlich nichts zu bedeuten. Jetzt bin ich hier, jetzt wird es wieder mehr. Ach du Heilige, hoffentlich greift der mich jetzt gerade nicht an, weil ich will wieder, der greift mich an die Richtung rennen. Ach, also. Ja, also das wird nichts mit meinem alten Etal. Aber vielleicht, ja, dich brauche ich jetzt wirklich gar nicht, du scheiß Drohne. Und dich brauche ich, wobei, solange sie so in diesem Staccato kommen und ich sie auch rechtzeitig besiege, gewinne ich sogar ein bisschen Zeit durch die Kämpfe. Das ist ja der eine Trick. Aber, ja, ich habe echt keinen Plan, keine Ahnung. Und finde es furchtbar. 128 Meter war ich am Anfang, glaube ich, näher dran. Na, vielleicht, vielleicht habe ich ja mehr Dusel als Verstand. Ach, hier bin ich jetzt. Ach, du Heilige. Meine Orientierung ist halt einfach auch echt schlecht. Ich habe, ich war, ich kenne die ganzen Räume noch. Aber ich habe absolut hundertprozentig vergessen. Warte mal, da, da hinten geht es weiter. Vielleicht schenkt mir das Schicksal die Zeit. Ich glaube, auch da bin ich irgendwo gestorben. Kann das sein? Nein, 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 was machst du denn jetzt? Nicht stehen bleiben. Jetzt muss ich, glaube ich, hier lang. Es ist lustig, wenn ich alles ignoriere. Ich bin nur noch zwölf, zehn, wo ist, wo, 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 wo. Ah, hier liegt es, glaube ich. Okay, da liegt mein Zeug. Ich, ich fasse es nicht, Leute. Vielleicht schaffe ich es noch. Vielleicht schaffe ich es. Ich laufe jetzt einfach. Nein! 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 Eine Sekunde vorher, weil ich Angst hatte, hier wieder runter zu fallen. Ist das eine scheiß Stelle. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Ich hasse es. Und jeden, der damit zu tun hatte, der es mit mehr als 5.0 bewertet hat. Jeder, der es spielt. Ich hasse jeden, der hier zuguckt. Ich hasse euch überhaupt alle. Die ganze Welt. Es war wirklich knapp, oder? Unfassbar. Ich brauche eine Pause. Das erträgt man doch nicht, oder? Das ist doch nicht zu ertragen. Das ist doch alles nicht zu ertragen. Ich brauche eine Pause. Ich mache jetzt mal eine Stunde was ganz anderes. Das ertrage ich nicht. Ich hasse euch nicht. Nein, nein. Aber die Emotionen müssen raus. Das war doch echt, oder? Ich trinke jetzt mal eine Flasche Baldrian. Ja, der Puls ist wieder auf 180 abgekühlt. Und, oh Gott, jetzt flieh ich hier auch schon wieder eine halbe Minute rum, ob ich meine 1200. Vielleicht war es aber auch gar nicht schlecht, habe ich mir jetzt gedacht. In dem, dem menschlichen, der menschlichen Natur eigenen Bestreben, selbst schlimmstes Versagen irgendwie wegzudeklinieren. Vielleicht befreit mich das jetzt, der Verlust von 16.900 Altmetall und auch noch auf diese Weise, wäre ich doch cool geblieben, einfach hingelaufen. Und dann hätte ich mich dieser Arsch da wahrscheinlich umgehauen. Ach ja, befreit mich das und ich kann jetzt, ähm, befreit, frei von Hassgefühlen, aber auch zwängen. Und dann, wo bin ich denn hier eigentlich? Ach so, ja. Einfach weiterspielen. Ich weiß nicht, was ich machen muss, aber ich laufe jetzt einfach mal in unbekannte Gebiete. Da war ich ja schon, Anfang der letzten Folge. Nein, Anfang, doch Anfang der letzten Folge, genau. Ach so, dann soll ich vielleicht mal da hinlaufen. Weil das, da bin ich ja vorhin auch genau da hochgekommen. Ach. Ja, jetzt gehen wir, ich glaube, das ist das Beste. Einfach langsam vorarbeiten. Na? Wo bleibt's, X? Auch, also, ich würde mich wirklich mit ihm anlegen, aber wenn ich sehe, dass es hier schon wieder runter geht, habe ich da echt keinen Bock. Und wenn ich sehe, wie viel Schaden der immer noch macht. Also, wenn das nicht wäre, würde ich mich mit dem anlegen, aber so, ich bin noch nicht wahnsinnig. Obwohl, wie viel Schaden mache ich denn dem? Weil man hat halt nicht den Platz, der ja, nee, es ist echt, das ist rein vom Platz her sehr ungünstig. So ist es auch. Das andere hier ist alle die andere. Ja, super, jetzt schaut her. Und ich hinterher drauf. Ja, natürlich, ja, zum Glück nicht gestorben. Also, das ist alles höchst fragwürdig, was ich hier an Heiltränken verliere. Aber eine interessante Kampfstelle, oder? Jetzt komme ich da wahrscheinlich wieder nicht runter. Ja, 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 ja. Wahrscheinlich war es das hier jetzt. Sackgasse. Neustart. Warte mal, wie springt man nochmal? Ich traue dem Spiel ja überhaupt nicht mehr über den Weg. Wie springe ich nochmal? Ich halte A gedrückt und dann... Ja, ja, geht nicht. Ja, also da komme ich schon mal nicht hoch. Dann bleibt ja eigentlich nur der Weg hier rüber. Und das sieht mir schon verdächtig nach Absturz-Kandidat aus. Ihr werdet sehen. Da ist nämlich nichts unten. Wie kann denn sowas sein? Wie kann man denn... Wie kann man denn sowas verbrechen? Das ist unglaublich, oder? Wahnsinn! Das stresst mir ja gar nicht, sowas. Ein paar Minuten gespielt. Weil ich darf die fünf Minuten des glorreichen Versagens nicht vergessen. Wahrscheinlich findet ihr das total lustig. Ich kriege ja fast den Herzkasper. Und ihr spendet womöglich, um noch mehr solche Aufreger zu sehen, jetzt nochmal fünf Euro für das Crowdfunding. So, okay. Also. Sehr elegant. Wie du dich da gedreht hast mit einer langsamen Waffe. Also. Wie gesagt, gäbe es... Und ich meine, das war ja gerade das beste Beispiel für das, was ich meine. Gäbe es diese Stelle hier nicht, wo er mich dann irgendwann reinwirft, würde ich ja um ihn rumtänzeln. Aber so bringt das alles nichts. Da weiß ich jetzt nicht, was ich eigentlich anvisiere. Ach Gott, lassen wir es. Ich möchte nur ärgern. Ich will ihn nicht wirklich angreifen. Dann zu dir, Knilch. Ich gucke, dass ich dich oben erwische. Dass mir nicht nochmal sowas passiert. Ja, ich bin gar nicht, das Lustige ist, ich bin gar nicht besser mit dem langsamen Teil. Da bleibe ich, glaube ich, doch lieber bei dem hier. Genau. So. Wo hat er denn mein Altmetall hingelegt? Bestimmt irgendwie darunter, oder? Wo ich nicht hinkomme. Ja, ja, da unten. Ich bin, also ich bin wirklich begeistert. So. Hallo. Warum habe ich denn eigentlich so wenig, haltet mal, warum habe ich denn so wenig, ach so. Hä? Ne. Warum habe ich denn so wenig Tränke? Oder habe ich, ich habe aus Versehen, glaube ich, auf die, na sag schon, auf die großen Tränke umgestellt, von denen ich nur drei habe. Irgendjemand hat vor ein oder zwei Ausgaben geschrieben, es würde hier auf dem Weg zum nächsten Ziel, vielleicht auch mal schreiben, was das Ziel ist, oder vielleicht habe ich das unter die letzte Folge geschrieben, da habe ich nicht so gut geschaut, wegen den Grillfestvorbereitungen, ob ich, also dass es da so ein Exoskelett gab, genau, also, äh, ja, wo ich wohl zwölf Slots habe, das wäre natürlich geil. Ja, ich glaube, ich muss mich mal besser konzentrieren. Also. Jetzt schweige ich verbissend vor mich hin. Wie gesagt, wenn ich da lang gehe, komme ich, vielleicht soll ich das aber auch mal machen. Soll ich das mal machen, dass ich nicht immer wieder hier so dämlich starte? Aber gerade ist mir das wurscht, ich muss erst mal wissen, wo ich hinkomme. Also, dass ich, weil hier geht es ja, ich habe es ja dann, wie ist man bisher, jetzt unklar vorhin gefunden, da geht es dann ja in die alten Gebiete zurück und dass ich da mal die, wie, die Dings wieder aktiviere, aber unter Umständen bin ich von der, ähm, von der Plattform hier aus besser dran, wenn ich nicht gerade dann in nähe der alten Gebiete sterbe, also, geh ich mal wieder hier lang. Oh, das, das mag ich immer. Das sieht schön aus. Ein bisschen wie damals bei Barbarian, als ich noch perfekt getimte. Wo ist er denn? Wo bist du denn? Nee, nicht du, der andere. Auch das hier, ich weiß doch seit ungefähr 25 Folgen, dass dieser Gegnertyp noch diesen zweiten Wirbelangriff macht, naja, da ist er auf einmal, warst du, warst du kurz mal pinkeln, ich hatte dich nicht gesehen. Diese lächerlichen, völlig ineffektiven Granaten, so, jetzt bloß nicht runterfallen ist, jetzt weicht er zurück, seit wann ist das denn erlaubt, so, ich glaube, das ist das Beste, wie ich es eigentlich schon letzte Folge gemacht habe, die ganze Zeit so ruhig spielen, gucken, wo ich eigentlich hinkomme, ach, hier war mein Altmetall, da habe ich jetzt dummerweise nicht geickst, ach, das war so knapp, naja, genau, und hier war ich auch, ach so, hier ging es nicht weiter, glaube ich, da war ich doch schon, hier links, genau, die Gegner sind jetzt weg, in der Disco, in der Kobalt-Disco, nenne ich sie auch scherzhaft, vielleicht geht sie da hinten weiter, so. Was hat ja die Mama gesagt zu den Flammenwerfergegnern und was hat Papa gesagt, nie von, die Mama hat gesagt, spiel ein anderes Spiel, Frauen sind da meistens pragmatischer und Papa hat gesagt, nie von vorne und dann stehen bleiben, immer schön von hinten oder von der Seite, aber hört Kleinjörg zu, nein, ich glaube ja irgendwie, dass mein Flow heute nicht der Beste ist, aber ich finde, das ist entschuldbar nach meinen Erlebnissen, die ich schon hatte, findet ihr das nicht, so, aber jetzt, das, da hatte ich schon überbrückt, genau, was weiß ich nicht, aber vielleicht ist hier was in der Nähe, da ist ein guter Hinweis, wenn was zu überbrücken ist, ist meistens was in der Nähe, dann gibt es ihn hier, naja, da war ich wahrscheinlich noch nicht in jedem Eck, das ich besuchen könnte. Ja, das ist das Schöne, mit der Einhandwaffe kommen die oft gar nicht so richtig zum Zuhauen. Also Gegner, die, wenn ich anfange X zu drücken, ausweichen, mag ich ja gar nicht, so. Also es ist so, mal hier mal etwas Struktur reinzubekommen, auch falls ich sterben sollte und so, also ich komme hier rein, laufe ich dann geradeaus weiter oder nach links, wir können ja mal links laufen, da war ich unter Umspruch, oder was ist hier? Na ja, wieder, der soll bitte still warten, bis ich X gedrückt habe. Ja, also da ist ja nichts, das ist einfach dasselbe. Dann ging es runter, ich glaube runter bin ich schon in der letzten Folge. Dann gehen wir doch mal hier lang. War ich da schon? Zirkulationsturm? Ach, also das war gerade, ja, ja, vergesst es einfach hier lang, da lang, das meinte ich. Da war ich wahrscheinlich schon. Ein guter Hinweis, ob man wo schon gewesen ist, ist ja, 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 ich, ich habe den zweiten dann doch auch noch bemerkt, ist ja, ah, wie doof bin ich eigentlich, wenn ich, ah, das war knapp, da hatte ich jetzt echt Dusel, wenn ich noch irgendwo so Implantate rumliegen sehe oder klar, eine nicht geöffnete Tür, aber sowas fehlt jetzt dummerweise gerade. War ich hier schon? Ich kann es euch nicht sagen. Ich suche halt jetzt alles mal ab und mache alle Gegner tot. Ich glaube, da war ich noch nicht. Oder war ich vielleicht, ah, die kann man nicht kaputt machen. Ich glaube, da war ich noch nicht. Ah, den habe ich nicht gesehen. Sorry. Ja, passt gut zum heutigen Grillen. Also, ich spiele es nicht am Samstag, aber da hinten ist auch noch einer, ich habe es gemerkt. Oh, die können sich gegenseitig kokeln. Das habe ich noch gar nicht bemerkt. Das ist ja lustig. Das ist ja sehr lustig. Das könnte man ja. Und da hinten war ich noch nicht. Das ist genau das, was ich meinte. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, wenn ich jetzt nicht sterbe, weil ich wieder mehr rede, als gucke, hey, was soll das denn? Ich bin derjenige, der hier zuhaut und Sprungangriffe macht. Ja, jedenfalls, hier war ich noch nicht, weil hier ein Kraftregulator liegt. Das heißt, ich bin auf einem guten Weg. Vielleicht war es ja, vielleicht hat es so sein sollen und auch müssen, was ihr vorhin miterleben konntet. Vielleicht wäre ich sonst da in den alten Gebieten rumgegeistert, jahrelang. Und so komme ich zumindest wohin, wo ich noch nicht war. Ob ich den Weg wiederfinde bei der blauen Disco dann da rein und dann länger. Schauen wir mal. Genau, das ist ein bisschen, das ist mal eine ungute Kombi. Der eine schießt diese komischen Granaten und der andere kommt im Flammen werfen. Schauen wir mal, ob nicht noch der dritte Heine hier hinten. Ah, guck mal, ich kann hier hinten rum. Und ihm in den Rücken fallen. Also, ich falle mir gerade selbst sozusagen in den Rücken. Ja, aber der Versuch war da. Der Versuch der taktischen Überrumplung. Und manchmal geht es doch einfach um den Versuch. Ums Wollen, oder? So, jetzt ist der natürlich lächerlich. Oh, da liegt auch noch was Neues. Sehr schön. Naja, ganz lächerlich ist es nicht. Er kann noch hier irgendwie zuhauen, aber seine Granate ist halt völlig witzlos, wenn er allein ist. Ah, und dahinter ist der andere. Also an den traue ich mich jetzt aber mal ran, oder? Und das haben wir hier Schönes gefunden. Irgendwelches Zeug. Das wäre lustig, wenn ich hier durchhauen könnte. Naja. So, äh, wo geht es hier lang? Nichts übersehen. Hä? Ne. Es muss hier weitergehen. Ah, da geht es auch nach links. Schaut her. Jetzt haue ich ihm mal ein Bein ab, habe ich beschlossen. Vielleicht hätte ich erstmal checken sollen, ob er noch irgendwas anderes hat. Äh, einen Kumpan hat, wollte ich sagen. Hier ums Eck. Naja, gut, aber wenn die natürlich selbst irgendwo da im Eck stehen, ist es auch nicht ganz trivial. Müsste man vielleicht immer wieder wegspringen und neu hin und so. Ja, nee, ich lasse es mal den, den, das Griechmo. Ah, das ist neu. Seht ihr, warum erkenne ich das auf einen Blick? Weil es so selten andere Farben, da ist auch noch was Neues. Wow. Weil es so selten andere Farben gibt im Spiel. Und wenn man dann mal blau-gelb sieht, oder was das gerade war, wird das sofort von meinem messerscharfen Orientierungssinn als was Neues interpretiert und erkannt. Gut. Leute, ich glaube gerade ernsthaft, dass es insgesamt der Sache dienlich war, dass ich diesen Herzstopp-Moment hatte. Wo geht's denn hier hin? Ja, nicht zu sehr verwirren lassen. Nein, nein, nein. Du findest die Stelle sonst nie wieder. Hier kann ich eine E-Mail abrufen. Du musst das lassen. Ich hab dir schon letztes Mal gesagt. Die beobachten alles, was wir hier tun. Dieser dämliche Kram amüsiert vielleicht dich. Das ist vielleicht sogar ein Safe Room? Nee, das ist es nicht. Und die klägliche Humorversuche irgendeines Witzbolds verlieren. Genau, klägliche Humorversuche finde ich ein interessantes Stichwort. Aber auch das war, glaube ich, wieder nichts Relevantes. Vielleicht wurde mir in einem dieser mäßig spannenden Audiologs gesagt, was ich eigentlich tun muss. Nee, mir hat das schon die Tante da, die Dr. Chavez da gesagt. Aber ich hab's mir nicht gemerkt. Irgendwas mit Führungsetage. Anyway, hier geht's nicht weiter. Das finde ich prinzipiell gut, weil es meine Verlaufmöglichkeiten einschränkt. Dann gehen wir doch hier die Treppe hoch. Hui, hui, hui. Kennen wir uns? Sprachlos? Ach, du bist die mit dem langen Stick. Jaja. Oh, was ist das denn? Ach, das ist der Flammenderfer. Es sah für mich aus wie eine Orthokkennung durch diese Clippingfehler. Ja, komm. Komm her. Ihr nicht, da ist doch ein Glas dazwischen. Okay. So, noch ein Stück, bitte. Weil in so einem Gang ist der natürlich auch unangenehm. Ja, komm. Du musst auch weiter nach vorne rücken. Und wenn du dann anhältst, dann bist du dran. Habt ihr gesehen? Ich hab sogar mal an die Drohne gedacht. Boah, seht ihr? Wie geschickt ich bin. Was ich alles kann. Das habe ich dummerweise nicht ge-ixt. Na ja. Da ist irgendein Fahrstuhl. Ich hab halt nur Angst, dass ich es jetzt übertreibe. Aber hier geht es ja nicht weiter. Arbeiter-Diensteingang. Das klingt spannend. Ui, das ist neu. Vielleicht muss ich da runterspringen auf diese fahrende Plattform. Da komme ich vielleicht dann weiter. Und wo geht es hier hin? Mal gucken. Ach, halt, bin ich etwa vielleicht sogar da? Jetzt wartet mal. Erstmal mit der Tante reden. Vielleicht habe ich ja jetzt das Rohr dabei, das ich haben möchte. Moment mal, ich muss meine Cargo-Hose erst ablegen. Entschuldige, aber ein Mädchen kann sich unmöglich an jede Nullnummer erinnern, die sie hat. Kann dir keinen Vorwurf machen. Jeder ist sich selbst der Nächste und so. Hey, du hast überlebt. Lief besser als bei den meisten. Ich komme zurecht. Hab meinen eigenen Stab gefunden und meinen eigenen Weg. Also, hast du einen Plan oder geisterst du einfach hier? Hab noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich kann nicht bloß rumsitzen und nichts tun. Ich weiß nichts über den Blackout. Nur in dieser Sekunde, ich konnte sie sterben fühlen. Hunderte von. Ich konnte sie sterben fühlen. Ich kann sie immer noch hören. Ich kann meine Hoffnung sterben fühlen, dass es noch jemals ein gutes Story-Element gibt in diesem Spiel. Das Problem ist hier zum Beispiel, die steht da so in einer unbeleuchteten Ecke. Ich kann sie nicht mal richtig angucken. Unsere Pflicht, was zu tun? Irgendwas? Also, da hat sie... So. Muss jetzt gehen. Wir sehen uns. Stirbt mir ja nicht her. Als ob nicht wirklich... Jetzt stellt euch mal kurz vor. Diese Situation oder halbwegs... Ja. Station, Katastrophe, Zombies überlaufen, Roboter tot. Was würde man machen als menschliches Wesen? Man würde sich einem anderen menschlichen Wesen, das halbwegs vertrauenserweckend aussieht, anschließen. Zu zweit ist man stärker und so. Naja. Gut. Was habe ich... Was wollte ich jetzt hier machen? Ich wollte da runter... Ne, warte mal hier. Was ist das? Ein Aufzug. Eine Tür. Tür oder Aufzug. Gucken wir mal. Hm. Tür. Wo ich ihm von hinten gegen das linke Bein hauen kann. Dann machen wir das mal. Komisch, dass sie da jetzt gerade schiefgegangen. Der hat mich ja echt gesehen, bevor ich überhaupt schlagen konnte. Oh, ich habe 15.000 Altmetall schon wieder. Wetten wir, dass ich bei 16.900 irgendwo runterfalle? Ah, ist lustig. Es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Komm, komm. Ich habe jetzt gerade echt ein bisschen Schiss. Das merkt ihr, gell? Da hinten ist nämlich noch einer. Darum bin ich auch nicht weiter rausgelaufen. Aber der schießt mir nur seine... ...lächerlichen Granaten. Ist sonst noch irgendjemand in der Nähe? Wahrscheinlich stehlen die mir Energie oder so. Was mich natürlich völlig kalt lässt. Ah, da ist noch einer. Zwei von denen Granatwerferviechern. Die machen mir ja gerade eigentlich nichts. Kann ich hier mal umschauen. Oh, ist das gleich dieses Exoskelett? Das Neue? Ja! Das, was der eine... Ups, jetzt muss ich mal kurz hier gucken, dass ich nicht zu Grillhändel verarbeitet werde. Auch schön, wie so die Gesetze des Clippings einfach keinerlei Relevanz haben für die Computer. Ja, das freut mich jetzt schon. Das war gerade meine letzte reguläre... Na komm, sag mal. Was ist denn hier los? Jetzt, komm. Jetzt keinen falschen Fehler machen. Genau. Yes! So. Was haben wir denn hier alles Schönes? Jetzt habe ich dieses neue, tolle, super Exoskelett. Das war bestimmt, dass ich es erwähnt habe, wo man wohl zwölf Slots hat. Kann ich das jetzt anziehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Achso, wie stelle ich denn überhaupt ein Exoskelett um? Oder ist das nur ein Bauteil? Ja, ich glaube, das kann ich... Egal, ich komme mir ganz gut zurecht gerade. Das schaue ich mir an, wenn ich der einst mal wieder nach 100 Stunden in einer Dings lande, in einer... Ich glaube, ich hätte auf jeden Fall draufgeschlagen. Trotzdem hat der Kommentar nicht geschadet. Da wusste ich sofort, was Sache ist. Apropos, hier geht es wohl nicht weiter, oder? Ja. Auch nicht in irgendwelchen dunklen Ecken. Auch nicht da hinten. Ja, dann kann ich... Ja, dann gehe ich da, wo ich erst runter wollte, zurück. Oder ist hier noch was? Da geht es... Zurück. Und da... Nur noch mal checken, ich verlaufe mich so oft... Ne, ne, da kam ich hier, da ging es auch nicht weiter. Und hier ist jetzt C. Dann gehe ich... Muss ich jetzt da weiter. Arbeiterdiensteingang. Da kann ich nur runterfallen. Ach so, vielleicht sollte ich mal auf die 3 umsteigen. Naja, das wäre natürlich gut. Ich könnte mich mal irgendwann wieder aufladen, wenn ich hier nicht bald mal was... einen Safe Haven finde. Aber ich habe jetzt noch meine 3 guten Heildinger. So, da geht es irgendwo hoch. Und da sind Geländer dran. Also wenn ich einen Gegner treffe, fliege ich nichts ohne weiteres runter. Das ist schon mal sehr beruhigend. Da ist ein Exo-Lift. Hier kann ich runterfallen. Da kann ich rüber. Da kann ich rüber. Oh, schaut mal. Da ist irgendwas. Das ist ein neuer Gegnertyp. Guck mal, nehmen wir mal den Lift hier. Vor Exo-Liften habe ich echt Angst. A, weil man weiß, dass es oben ist. Und B, weil ich so schnell runterfallen kann damit. Oh. Bin ich hier, bin ich hier beim nächsten Endgegner gelandet? Ich glaube, da fahren wir wieder runter. Oder das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch ein, das ist ein Bossgegner. Aber normalerweise sieht man die doch nicht vorher. Das spricht dagegen. Ne, da gehen wir mal gleich wieder runter. Das ist mir, also da möchte ich jetzt mal mich irgendwann vorher aufrüsten können. Und die Folge wird jetzt schon wieder so lang. Also es wäre jetzt schön, es gäbe irgendwie, würde ich einen Safe Haven finden. Was ist das? Ah. Ha. Abkürzung. Bloß wohin? Noch ein. Halt, 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 Halt. Halt. Wisst ihr, wo ich bin? Hier rechts geht es zur Dings. Das ist ja interessant. Aber der ging doch nicht, sonst hätte ich das doch schon lange machen können. Jetzt wartet mal. Also hier rechts bin ich bei meiner alten, beliebten Dingens hier. Abkürzung. Jetzt geht wahrscheinlich der Lift nicht. Ich sag's euch. Nein, der Lift geht. Ja. Dann glaube ich, bin ich da beim Endgegner gelandet. Ihr wisst, wo ich bin, oder? Und ich bringe jetzt... Ich bringe... Das ist ja geil. Der Aufzug ist kaputt. Der scheint ja eigentlich auch da irgendwo... Das ist ein Bosskampf. Ich weiß nur nicht, wie ich ihn starte. Garantiert. Weil ich so nah an meinem Dings bin. Das ist so eine typische Abkürzung. Ja, genau. Und dieser Exo-Lift war vorher nicht aktiv. Den habe ich quasi gerade freigeschaltet. Alles gut. Und natürlich, also wenn ich jetzt noch 300 Steine von den 20.000 entfernt bin, hole ich mir noch kurz den da hinten. Leute, das war dann doch noch eine sehr erfolgreiche Folge, oder? Da kann man doch nicht meckern. Und dann gehe ich jetzt in meine altgeliebte Vorletzte, glaube ich, oder sogar vorvorletzte Dings zurück. Hallo. Es ist keine genehmigte Pause. Habe immer noch nicht das Zeug gefunden. Benutze vorsichtshalber das Ding, dass ich wirklich hier jetzt lande. Oh, und ich habe 30.000 zu verprassen. Aber wie wir die einsetzen, ich speichere es mal. Das entscheiden wir nächste Ausgabe. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit mir. Ich hasse euch nicht. Ich danke euch für eure weiteren Spenden, wenn es weitergehen soll. Wir nähern uns dem Ende des bezahlten Bereichs und wünsche Winke, Winke und bis Dienstag zu Folge 27. Und es ist ganz zufrieden. Ich sehe euch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018